Hallo zusammen! Die aktuelle Situation in unserer Branche erfordert definitiv neue Wege und vor allem neue kreative Ansätze. Da wir im Moment ja alle nicht viel zu tun haben, bleibt uns natürlich die Möglichkeit, neue Ansätze zu finden, zu überlegen, wie können wir verschiedene Veranstalter, Techniker, Dekorateure, Künstler zusammenbringen und haben hier einfach ein Pool aus verschiedenen Personen zusammenbekommen, die etwas Schönes für euch auf die Beine gestellt haben. Wir würden uns total freuen, wenn ihr rege daran teilnehmt, euch das anschaut und euch ein bisschen treiben lassen könnt. Willkommen Publikum, willkommen Freaks. Wieder mal in X, wieder mal in Herford. Und dieses Mal wird es mal wieder ein bisschen Feuer geben, bisschen Flammen, bisschen Mutationen. Und für die Musik, da wird diesmal Rabbi sorgen. Bin mal gespannt, was da kommt. Ich hatte ihn mal gefragt, seit wann es ihn gibt. Er meinte seit 2016. Ich glaube nicht, dass er vier Jahre alt ist. Selbst wenn. Und ich habe aber auch mal gefragt, warum er eigentlich diesen Kram macht, diese ganze Musik auflegen und so etwas. Und er meinte, als er immer weggegangen ist in Diskotheken, dann lief nie die Musik, die er hören wollte. Und jetzt macht er genau das, was er machen wollte. Und ich freue mich jetzt auf ein, ich muss es merken, Psy-Trance-Psycho-Set von Rabbi. Psy-Trance-Psycho-Set von Rabbi. Psy-Trance-Psycho-Set von Rabbi. Psy-Trance-Psycho-Set von Rabbi. Psy-Trance-Psycho-Set Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Bye. 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 Bye.